Ich brauche 500.000 Dollar für fünf Jahre Frieden. Ich träume davon schon seit Ewigkeiten. Im Moment fehlen mir nur noch 499.500. Blackjack. Wer war das? Drei Typen haben mich fast umgebracht. Ich will meine Rache nicht. Sein Name ist Danny DeMarco. Stand aus einer feinen alten Italienerfamilie von der Ostküste. Ich will seine Eier in meinen Händen. Wie sind Sie in diesem Beruf gelandet? Sie scheuen keine Gewalt, stimmt's? Ich bin nicht gewaltet. Ich bin nur talentiert. Angeblich ist gestern Abend jemand in Zimmer 3506 eingetrunken. Er hat zwei Männer zusammengeschlagen und mein Augenzeuge hat versichert, dass dieser jemand... ...du bist. Du weißt, er wird dich jagen. Ich werde bald ermordet. Ermordet? Wann? Jetzt. Ich wurde niedergeschlagen, gesprengt, belogen, angeschissen und angeschossen. Ich kümmere mich um Dinge. Mehr müssen Sie nicht wissen. Sicher Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020